Sie wohnen in einem Seniorenheim und möchten tanzen lernen. Wunderschönen guten Tag, Ihnen seien Sie gegrüßt. Mein Name ist Sean, Sean Jerome McCray. Und wenn es darum geht, in einem Seniorenheim über einen persönlichen Tanzlehrer weiterzukommen, Tänzerisch und Tänzerisch einfach Spaß zu haben, da habe ich eine starke Empfehlung an Sie, und zwar Ihren persönlichen Tanzlehrer, der auch ins Seniorenheim kommt und im Seniorenheim mit Ihnen tanzt und Sie Tänzerisch nach vorne bringt. Wenn das Thema Tanzenlernen für Sie interessant ist, dann die Entscheidung von mir auf Sie übertragen, die Nummer zu wählen, die ich Ihnen gleich nenne, und zwar die 017684044661. Und diese Nummer ist die Nummer für Ihren Tänzerischen Erfolg. Ich wiederhole die Nummer, die 017684044661. Ich blanke mich. Ich blanke mich. ich blanke mich.